Hallo liebe Technikfreunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Dieses Video wird unterstützt von Shop4Tesla, dem Shop mit nachhaltigem Zubehör für deinen Tesla. 5% Rabatt bekommst du über den Link in meiner Videobeschreibung. Also dann, auf was wartest du? Viel Spaß! Ja, heute mache ich mal ein Video aus dem Auto, seit langem mal wieder, ich habe mich sehr vermisst, das habe ich immer gerne gemacht, aber Roadtrips, ja, seitdem ich fürs Laden bezahlen muss, machen die Roadtrips nicht mehr so viel Spaß und ich habe sowieso im Moment keine Zeit und dieses Jahr ist ja angesagt, das Jahr der Fliegerei, also im Urlaub wird meistens geflogen. Ja, ich habe hier die neue Insta360 GO 3, ja, habe ich ja letztens ausgepackt, habt ihr vielleicht gesehen. Und, aber bitte gleich mal testen, müssen wir mal probieren, wie sie so ist, mit dem Bild, mit dem Ton und so. Also ich habe ja dann gesehen, in dem letzten Video, wo ich das ausgepackt habe, die Kamera, dass der Ton ganz gut war, mal sehen, wie es hier im Auto ist, ob ihr mich hören könnt. Weil ich zumindest schon mal sehe, meine Schärfe erfasst, oder vorher erfasst genau mein Gesicht, ich habe immer so ein kleines Firk um meinem Gesicht, das ist echt eine coole Geschichte. Anders wie bei der ZV1, ja, die wirklich, ja, die mich in letzter Zeit etwas enttäuscht, aber das nur so am Rande. Ja, um was es jetzt heute gehen, also ich habe mich mal entschlossen, mal so ein kleines Video aus der Reihe zu machen, weil ich habe am Wochenende einen Termin bei Tesla gemacht. Und zwar habe ich ja immer schon Windgeräusche hier im Auto, eigentlich von Anfang an, ja, seit dem ersten Tag, habe ich so das Gefühl gehabt, Mensch, der hat ja, ist ja nur mein dritter Tesla, mein drittes Tesla Model 3. Mensch, der hat ja deutlich mehr Windgeräusche, wie alle vorher und es ist aber nicht zu sehen, wo das herkommt. Und ist das Problem, man muss natürlich dann, also müsste jemanden haben, der das Auto fährt, müsste man auf die Autobahn fahren, mal zügiger fahren, ich müsste mal hinten sitzen, müsste mit dem Ohr mal rechts und links mal lauschen, um zu sehen, wo das noch herkommt. Ja, das hat sich alles noch nicht ergeben. Dann kamen noch andere Sachen dazu, ich habe zwei Unfälle gehabt, ja, die meinen Kanal verfolgen, die wissen das. Ja, das eine war dramatisch, ich war aber nicht schuld, mach mal aus, ja. Ich war aber nicht schuld, also einmal ist mir mal an der Ampel jemand vorhin drauf gefahren. Das wurde repariert alles, also es war keine irreparablen Schäden. Und das andere Mal, muss man gucken, das Display geht immer laufend aus, das hätte ich lieber, dass es anbleibt. Ja, und das andere Mal, habe ich dann selber ja links an den Türen, bin ich an einem kleinen Baumschiff hängen geblieben, sodass beide Türen getauscht werden mussten. Zum Glück hat der Schweller so gut wie fast nichts abgekommen. Ja, aber das sind alles so Sachen, die mich davon abgehalten, natürlich nach Windgeräuschen fahren zu lassen, weil es ja klar ist, wenn die Türen hier sowieso ein bisschen unzerdrückt waren, waren die eh nicht mehr dicht und haben Windgeräusche zugelassen. Ja, dann hatte ich hinten diesen Unfallschaden, ja, da macht es auch nicht so gut, damit zu Tesla zu fahren. Soll ich mal kurz hier abbiegen, mal aufpassen, das ist eine gefährliche Ecke hier. Ja, und jetzt habe ich es gemacht, jetzt aber auch nicht, ich mache es einfach mal einen Termin. Ich habe auch reingeschrieben, dass von Anfang an die Windgeräusche da sind. Ich bin echt mal gespannt, was Tesla damit zu den Reparaturkosten sagt. Fakt ist jedenfalls, es geht alles über die App, das ist eine prima Geschichte, weil das mal hier einblenden. Also mit der App, das ist, oh, das ist der Blitzer. Mit der App, so stelle ich es mir eigentlich auch vor. Ja, ich habe gerade gesagt, ich habe mein Handy vergessen. Ach, scheiße, ich muss noch mal zurückfahren. Ja, naja, ist egal. Jedenfalls, ach ja, mit der App könnt ihr alles in der App machen, es ist wirklich eine sehr gute Geschichte. Und ihr habt den riesengroßen Vorteil, ihr seht alles, es wird alles sofort bearbeitet, ihr seht den Bearbeitungsstatus, alles seht ihr in dieser App. Und ihr kriegt auch gleich einen Kostenvoreinschlag, ihr müsst ihr auch gleich bestätigen in der App. Ja, und dann erst mal 80 Euro Kostenvoreinschlag bekommen. Und was cool ist, es wird sofort bestätigt, dass Tesla zu mir nach Hause kommt, also zu mir auf Arbeit. Ich hätte eine Adresse mir aussuchen können, die ich da wollte. Ich habe mich jetzt entschieden für die Arbeit, weil ich bin ja den ganzen Tag auf Arbeit. Und da kommt übermorgen von 12 bis 16 Uhr. So, ich muss jetzt mal ja zurückfahren, ich habe nämlich echt mein Handy vergessen, das ist wirklich extrem ärgerlich. Aber nichts zu ändern. Jetzt muss ich noch mal am Plätzchen vorbeifahren. Ja, ich bin echt mal gespannt. Also, morgen kommt er zu mir auf Arbeit, es steht drin, 12 bis 16 Uhr. Ich kriege noch mal eine Information vorher, das ist hier da alles in der App auch drin. Ich glaube, 5 Minuten vorher meldet sich der Monteur nochmal bei mir. Und ich bin echt mal gespannt, was die machen. Ich hatte ja im letzten Video von Ove auch gesehen, dass es ganz einfach nachgestellt wird. Und dann läuft das völlig problemlos. Ich mache hier ein Autopilot mal an. Oder ein Tempomat, da kann ja nichts mehr passieren. Ja, und da bin ich echt mal gespannt. Also, es scheint zumindest für Tesla eine Routine, Reparatur zu sein für diese Windgeräusche. Ich vermute, dass da irgendwie die Scheiben vielleicht nochmal ein bisschen anders angestrickt waren oder so. Keine Ahnung. Da bin ich echt mal gespannt. Und ich bin echt mal gespannt. Erstens, muss ich wirklich was bezahlen? Das ist die große Frage. Und zweitens, ist es dann auch wirklich weg? Da bin ich echt mal gespannt. Was mir auch dabei aufgefallen ist, wenn draußen starker Wind ist, sind die Geräusche entsprechend stark. Wenn es aber draußen mal Windschel ist, sind die Geräusche wirklich fast weg. Also, es scheint doch was mit dem Winddruck zu sein, der irgendwie von der Seite aufs Auto drückt. Ja, dann der Fahrt. Da bin ich mal gespannt. Ich halte euch hier am Laufenden. Wenn die Aufnahme hier gut geworden ist, dann möchte ich ja gleich hier so hochladen. Ja, und da würde ich sagen, schauen wir mal. Wir machen jetzt mal einen Schnitt. Und dann werde ich mal erzählen, wie das so abgelaufen ist mit dem Techniker. Und ob die Windgeräusche weg sind und was es gekostet hat. Also, bleibt dran, bis gleich. So, Handy geholt. Noch ein kleiner Nachtrag. Aber gewundert euch vielleicht, warum ich Auto fahre, Tesla fahre und mein Handy vergessen kann. Denn schließlich wird ja auch der Tesla vom Handy entsperrt. Aber ich habe ja diesen Tesla-Schüttel, sogenannten FOP oder so heißt der. Ja, und damit wird das Auto auch automatisch entriegelt. Und da der an meinem Schüttelpunkt hängt, ja, habe ich keine Probleme mit entriegeln. Das war ja auch ein Tipp von mir, die dieses Geld ausgeben wollen. Der ist nochmal teuer geworden. Der kostet 210 Euro mittlerweile jetzt. Hat damit 180 gekostet, was auch sehr viel Geld ist. Das war quasi so ein Weihnachtsgeschenk für mich. Ja, und da habe ich... Ja, und seitdem ich den Haar habe, war hier Probleme quasi nicht mehr. Aber gut, dann kann man auch mal das Handy vergessen. Das passiert sonst nicht. Ja, das nochmal ganz kurz dazu. So, für euch waren das jetzt nur eine Sekunde. Für mich waren es zwei Tage. Ja, der Tesla-Monteur war da. Und ich muss sagen, das ist echt ein Top-Service, ja. Ich kann aber gleich vorneweg sagen, das Problem ist noch nicht beworben. Aber er hat auch was gemacht. Die haben da so ein paar Stellen, wo sie vermuten, wo es immer dran liegen kann. Die machen die immer gleich. Das heißt, ja, es ist gekommen, es ist prima geklappt, wenn man überlegt. Er hat der Service, also ich habe, glaube ich, Freitag oder Sonnabend den Termin gemacht. Und bereits am Dienstag hatte ich den Termin. Also per App angefragt, für Dienstag gleich einen Termin gehabt. Dann sind sie zu mir auf Arbeit gekommen, ja. Wahnsinn. Ich hatte ein Zeitfenster von 12 bis 16 Uhr. Und ja, halb drei habe ich dann eine Nachricht bekommen. Wir bekommen eine Nachricht über eure Tesla-App. Wird dann mitgeteilt, hallo, ich bin jetzt unterwegs, werde ca. 15 Uhr da sein. Dann habe ich nochmal zurückgeschrieben, alles in der App, wie gesagt, wo das Auto genau steht. Ich habe dann eine Adresse angegeben, aber ihr wisst ja, man kann ja auch rechts oder links von der Straße stehen. Oder da und dort auf dem Parkplatz. Da kam auch sofort prompt ein Danke zurück. Also wird auch sofort reagiert. Das ist der Monteur jetzt selber, ist da der Antwort, das kann schon durchaus sein. Ja, und dann war er 15 Uhr da und man kriegt einen Anruf, hallo, ich bin da, ich bin runtergekommen. Ich bin runtergekommen und habe ihm kurz das Problem geschildert. Und er hatte auch gleich eine Vermutung, sagt, okay, ich war jetzt schon mal, er hat jetzt gesehen, dass hier diese Seitenscheibe hier drüben, dass der Spalt hier so breit war aus seiner Sicht und er hat die ganze Scheibe ein Stück nach hinten gesetzt. Das heißt, er hat gesagt, okay, ich werde jetzt wirklich mal deine Karte, deine Schlüsselkarte vom Tesla, ich werde schon mal die Scheibe hier ein Stück zurücksetzen und danach machen wir eine Probefahrt, um zu schauen, ob andere Probleme sind. Alles schicke ich, die Karte gegeben, wieder zurück auf die Arbeit. Ich habe ja zu mir auf der Arbeit quasi bestellt oder gebeten, bin zurück auf der Arbeit und ja, und dann habe ich so nach einer halben Stunde wieder einen Anruf bekommen. Ich wieder runter und dann sagt er, ja, er hat die Scheibe jetzt gerichtet. Und, aber die Geräusche sind nicht weg. Und er ist ein Stück gefahren. In den ersten 300 Minuten hat er gemerkt, dass die Geräusche, wo wir oben vom Dach kommen, da haben wir uns gemeinsam mal die Scheibe oben angeschaut und da haben wir gesehen, dass es durchaus sein kann, dass die Scheibe nicht richtig sitzt. Ja, und zwar ist hier, sieht es aus, als ob die Ecken rechts sind, ich werde es mal einblenden hier, als ob die Ecken rechts und links ein bisschen abstehen. Ja, und nachher jetzt höre ich es wieder, wir haben jetzt schon 80 kmh, also noch relativ langsam und man hört oben die Windgeräusche. Ja, Ende vom Lied sagt er, okay, du musst in die Werkstatt, das heißt, ich mache jetzt einen Termin für die Werkstatt, habe ich noch nicht gemacht, noch nicht dazu gekommen. Wir machen einen Termin für die Werkstatt, also muss in den Service Center und es kann sein, dass die ganze Scheibe hier oben komplett gewechselt wird. Läuft alles über Garantie und auch hier bei dieser Reparatur, da wo er da war, ich habe keinen Pfennig bezahlt. Ja, das ist echt auch prima. Es gab dann einen Kostenvorschlag von 80 Euro, habe ich auch bestätigt, aber es kam dann am Ende, musste ich nichts bezahlen. Und das Coole ist, ihr habt sogar die Rechnung in der App, also die Original DIN A4 Rechnung, könnt ihr euch da runterziehen und ausdrucken. Also das findet alles prima, danach kriegst du noch eine Bestätigung, wo er quasi schreibt, was er gemacht hat und seine Empfehlung, er empfiehlt quasi, dass das Fahrzeug ins Service Center geht. Ja, so sieht es aus, das ist der Stand, also das Thema ist noch nicht erledigt. Ich bin froh, dass ich es endlich mal angegangen habe, ja, ich meine, man gewöhnt sich dran, ich höre mal laute Musik oder gerne Musik auch beim Autofahren. Und ja, man hört das nicht mehr, ja, aber es ist natürlich trotzdem nervig. Und besonders nervig ist, wenn man natürlich, ja, Beifahrer dabei hat, ja, die sonst nie mitfahren, die nie Tesla fahren, die dann sagen, manche sind denn das für Windgeräusche, die dann denken, Mensch, das ist ja echt blöd, da Tesla ist so ein Windgeräusch, da will ich mir aber keinen Tesla holen. Ich meine, ist mir egal, was sie sich für ein Auto holen, das können die machen, wie sie wollen, auch weil ich der Meinung bin, dass das hier das beste E-Auto ist, aber das ist ja ein anderes Thema. Ja, aber das ist natürlich dann schon blöd, ja, und es ist eben nicht so, dass es bei Tesla so ist, klar, da ist er nicht der leisteste Model 3, also diese Generation zumindest, er war ja 22, aber so laut ist er normalerweise auch nicht. Ja, das war es mit dem kleinen kurzen Video, also dann, wenn wir mal wissen wollen, wie es weitergeht, ich werde wieder den Termin machen, bleibt dran, und dann wird es dann wieder, sobald es soweit ist, wieder ein neues Update geben. Was natürlich Fakt ist, wenn das Auto ins Service Center kommt, brauche ich einen Ersatzwagen, das ist auch schon ganz klar, und mal sehen, was mir Tesla da so gibt, vielleicht kriege ich einen Tesla Model S-Plate, aber das glaube ich eher nicht, aber das war natürlich eine coole Geschichte. Ich hatte ja immer angefragt, vor langer Zeit, wurde mir auch bestätigt, aber danach ist es nicht dazu gekommen, naja, was ist das? Okay, ja, das war mit dem Video, wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, abonniert den Kanal, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, interessant war, macht den Daumen nach oben, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!